Ge.... Tüüüüü', ого failure Jaimi! S JAMES! Ich habe eine Frage, möchten wir mit unseren wunderschönen Outfits einfach auf Hawaii für die Ferien? Oder möchten wir jetzt oder wollen wir jetzt diese Dilgin wirtentum weiter machen und Geld verdienen? Weil ich habe nicht gerade viel auf der Bank. Ja, das ist ein ganz wichtiges, ok. Also in diesem Fall können wir doch weiter machen, he? Ja, in diesem Fall, he. Also ich würde mal sagen, wir sind ja schon recht weit gekommen gefühlt, dass wir jetzt die Sicherheitskarten und das Snacken, das sind die Missionen rechts unten. Also sind das die pinkigen? Die rechts unten sind das, ganz rechts unten. Ich habe ganz rechts eine Schlüsselkarte, meinst du? Ja, und dann musst du... Das ist links unten. Nein, rechts unten. Hey, rechts unten ist bei mir gar keine Mission. Doch, das ist Sicherheitspass. Nein, ist bei mir nicht. Welche Abel bist du? Auf der zweiten. Was ist rechts unten bei dir? Zum Überspringen bezahlen, wenn ich das alles nicht machen will. Hä? Ist das bei uns ein anderes Design? Nein, also zuerst mal herzlich willkommen zu dieser Folge. Nein, ich begrüsse euch auch. Ich muss da ganz kurz einfach... Wollen wir einfach neu beginnen? Nein. Nicht. Es ist okay. Im letzten Mal hast du schon... Vor dem im letzten Video hast du schon von rechts unten geredet. Ja, ich schicke es dir jetzt gerade auf WhatsApp. Ich habe es jetzt gerade auf WhatsApp. Ja, Mann, du bist mir rechts unten. Ja, das ist bei mir auch. Ja, dann... Ah! Ja, das meine ich ja. Hä? 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 Ah, sorry. Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein! Was habe ich jetzt angeklickt? Okay, wir machen jetzt einfach irgendetwas anderes. Ich denke nicht, du hast die falsche Karte müssen... Nein! Kann man ihn abbrechen? Ich kann doch immer safe anrufen und sagen, abbrechen. Ja, komm, dann, äh, das machen wir es mal, hä? Nein! Also... Ich habe das nicht angewählt, sondern... Let's go! Aufsahle! Dann haben wir halt unsere Mission. Schnell, Radar, verschwind! Lauf, Überfall, nochmals spiel. Nein, komm, jetzt hast du dich ein! Diamond Casino-Überfall. Mann, ich habe das gar nicht... Nein, du kannst es nicht abbrechen, hast du... Mann! Ich habe es nicht, was die Mission ist, aber wir machen es jetzt. Begib dich! Das ist doch noch cool, wenn wir nicht wissen, was wir machen müssen. Ja, das ist ganz interessant. Nur weiss ich nicht, was ich aufs Sand mehr aufpacken soll, aber es wird ganz interessant. Und das ist ja ein gutes Resist gewesen. Ja, ich habe mir jetzt auch so ein geiles Autolid erbaut. Ja, das ist ganz wild. Ich habe tatsächlich privat auf den höchsten Berg gefahren und dann mit ihnen zu einem Label gesprungen. Es hätte eigentlich einen Short gegeben, nur ich habe es mit der Aufnahme verschissen. Ich bin sehr verschissen. Wie immer. Ja. Wie in jedem Video. Ja. Es ist alles nachsynchronisiert und stimmen, ausser dort. Ah ja. Naja, es ist... Die Schwierigkeiten, die ihr jetzt gerade bei der Aufnahme gesehen habt, haben wir oft auch vor der Aufnahme oder Nachtaufnahme. Das ist... Jetzt sind wir mal transparent. Jetzt ist es nämlich... Jetzt ist es neben der Kulisse. Jetzt ist es neben der Kulisse. Hinter... Ja, das ist jetzt... Ja, ok. Ach das! Das haben wir ja schon gemacht. Jetzt sind wir ja einfach vorsichtig. Einfach... Warte, 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 warte. Ähm... Warte, warte, warte. Ja, du... BAM, Alter! Scheisse! Ähm... Alter, ich mach dich mit meinen Flipflops kaputt. Aua... Ja, ich hab den einen mit meinen Flipflops so auseinandergenommen. Und ich bin jetzt auseinandergeknob worden. Mit den Flipflops, Alter! Ähm... Ähm... Ich muss sagen... Wir beleuten von heute... AAAAAAAA! Von... Aua... Äh, ja, das ist schon mal... Äh, das ist... Ich muss sagen, ich hab gar keine Ahnung, was überhaupt los ist, Alter. Weil wir sagen, wir nehmen ein Video auf, dass... ...einfach etwas kommt pünktlich, weil sonst nichts würde kommen. Dann denken wir mal im GTA-Ub, easy. Dann verkacken wir übrigens eine komplette Startung, gibt es eine random Mission. Dann haben wir die Flipflops voll auf uns durchballern. Und pass auf, es darf kein Output zerstört werden. Wir müssen ja ein Nummerenschild oder so abschreiben, oder keine Ahnung. Ja, ja, weiss. Es ist ja so beschissen, du du... IEDER DICK! Aua! 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 Zum Glück haben wir hier kein Teamleben, sonst wäre das schon lange... Es wäre eine ganz kritische Sache geworden, hätte man ein Teamleben. Aber eine ganz kritische Sache. Eine ganz kritische Sache. Nimm mal ein bisschen... ...Hatos, Geschüsse... ...Geschütze... Ich hoffe einfach nicht, dass wir das Zeug sind, mit dir angehört. Und da hat es nur zwei Leute, aber ich sehe sie nicht. Das ist einer. Ähm... Ja, Serik, jetzt ist doch der perfekte Zeitpunkt. Ähm... Du gehst schon in die Ferien, Mann! Ich geh mal in die Ferien ins Graubünden auf Silsen-Maria. Ja... Hei, hei, hei... Du gehst wieder zum höchsten... ...Sedimeter ist im höchsten Kanton der Schweiz, oder was? Ja, irgendwie schon. Ja... Wie ist das? Ihr könnt euch Infocuts ja anschauen, das Video. Das ist sehr gut geworden, das... ...schaut. Hier oben ist jetzt einblendet, hoffentlich der Infocuts. Wenn ich gerade denke... Ich denke so. Rechts oben am Bild muss ich schauen. Okay. So, und jetzt heisst es... Aber das haben das Video fertig, du, gell? Ja, 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 ja. Nicht einfach abbrechen. Und wenn, dann müssen wir wieder zurückkommen. Und jetzt heisst es, abhauen wir sollen. Weil jetzt sind die bösen, bösen Buben da. Das sind wir nicht bei, aber... Wir wollen doch auch nur Geld für dich. Okay, äh... Damit wir arbeiten. Der Dän ist eine Rampe, aber ja. Nein, das ist viel besser als eine Rampe. Das ist die Abfahrt. Das ist viel besser. Das ist noch viel besser. Los! Nein. Oh, das ist so scheisse ist, Alter. Das habe ich im Falle auch gerade gedacht. Ey, das wäre ja viel besser. Wer hat jetzt gedacht, dass man das denkt. Tschüss, Helikopters. Tschüss. Bye-bye. 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 Ah, hallo! Das können auch noch mehr, Alter. Das können... Abgeschlossen! Yay! Hey! Ja! Ja! Und wie lange läuft die Aufnahme schon? Seit 7 Minuten. Das reicht noch für eine andere Mission. Das reicht noch, zu nachschauen. Ich komme dich abholen. Nein, ich habe das auch, ja. Das reicht noch, zu nachschauen. Das reicht noch, zu nachschauen. Ich komme dich abholen. Nein, ich habe das auch, ja. Das reicht noch, zu nachschauen, was wir für eine Mission gemacht haben. Ich habe gedacht, das ist jetzt so eine beschissene Mission, die wir jetzt stundenlang waren. Das ist richtig lang abhauen. Aber das ist das erste Mal, wo... Wie viel kostet mich das jetzt? 0 Dollar? Hey, das ist egal. Das ist schon... Das ist schon... Die Polizei übernimmt. Hahaha. Ich brauche nicht. Hey. Du bist doch schon dran vorbei geworden. Ich hoffe es nicht. Ich kann ja nicht, wo du anerfassst. Aber ich hoffe, du schaust dich. Ja. Das sagt schon. Du hast recht. Ja, so machst du das doch sehr wichtig. Ja. Hey, grüß. Gehen wir raus. An alle, die das Video schauen. Vor allem an Ion. Falls ihr nicht wissen, wer Ion ist... Ist ein Kollege. Ja. Meinst du Ion Stein oder was? Hallo. Nein. Aber nicht mehr. Nein! Oha! Ich habe das einloggen. Du sammelst einfach... Ein neues Auto am Start. Das ist jetzt... Das können wir dann aufmotzen. Das ist uns ein Team-Auto. Okay. Ich würde mal kurz... Ich würde sagen, was wir jetzt gemacht haben. Ähm... Keine Ahnung. Ah, doch... Patrouillen-Routen. Ah, okay. Ah, etwas Freiwilliges. Tatsächlich. Ich bin Leute von heute. Ähm... Wir machen jetzt die nächste Mission. Bugstars. Wir müssen jetzt hier so einige Ausrüstung und so. Ich hatte es gesagt, dass wir hier irgendetwas Kurzes nehmen. Da müssen wir natürlich das Einverständnis von Jamie noch haben. Wenn der noch kommen würde... Das wird alles etwas etwas Länges sein. Äh... Schlüsselkarte. Easy-Glassik. Micro-MP-Bewaffnung. Lass einen Like hier, wenn es bis jetzt eine der besten Videos ist, die es gibt. Ich habe zwar hier so meine Zweifel, aber ja... Gibt es hier auch noch... Sachen, die man nehmen kann... Kassiden, aber der Sicherheitsstür... Ja... Nein, da kann man nichts mehr machen. Und überall kann man... Eine kurze Web-Unterbrechung... Ja... Ja... Das ist eine gute Web-Unterbrechung gemacht. Ja... Du hast jetzt aber wieder ein beschissenes Mikrofon. Nein... Okay, doch jetzt nicht mehr. Ähm... Weli... Wollen wir das machen? Ähm... Wir machen jetzt... Die zweite von den Pinken... Aber warte noch kurz mit starten... Ja... So... Ja, jetzt... Let's go! Gut, gut. Ich hoffe, du hast das Richtige verstanden, was ich gesagt habe. Da, da... Das wäre noch gut. Jetzt haben wir natürlich kein Auto, jetzt rufe ich schnell an. Ja, das ist mir jetzt auch gut gefallen. Ich rufe schnell mit dem Mechaniker an. Ja, besser ein Auto, komm. Let's go, Weli! Let's go, los, los! Let's go, let's go! Let's go, let's go! Ab zum Casino! Hey, hey, hey! Kannst du mal rufen? Ah, Mann! Ah, Mann! Wieso sind da alle so brav und haben so lange meine Rufen? Kein... Kein... Das Auto ist aber jetzt schlecht, das Auto ist nicht schlecht. Weisst du nicht mal einen Clownshubi? Wäre es eigentlich in real life jetzt erlaubt? Einen Clownshubi in ein Auto zu machen. Boah, den verrückten MFK musst du mich fragen. Ah nein, er ruft schon wieder an! Was muss ich jetzt machen? Fahr weiter! Security just changed them out. Get over here and delete those bitches. Permanently. Okay, let's go, let's go, let's go. Hop, 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 hop. Da stehen ja die Beweise, schau auf den Raden, die ich anreißen. Dort vorne ist das erste Ziel. Dort ist er. Jetzt geh weg dort, da ist ja eine Bombe am Boden. Ah! Du musst nicht eine Bombe schmeissen, das ist ein Dörffahrer. Aha! Aha! Ich bin gerade am Toren. Ich kriege den mit meinem Motor oben. So, der lebt nicht mehr. Der lebt noch! Was ist die hier? Er lebt nicht. Warte, warte, warte. Schmeiß einfach Granaten und dann let's go. Ah. Oder oder so. Äh, ja, ja, schau auf die Karte, Karte, Karte. Äh, äh, äh. Der du. Der ist am weitesten weg. Let's go. Ja und er fährt auch noch weit weg. Ficker. Ähm. Kann ich nichts halt den Luxo holen? Kann ich nichts halt den Luxo holen? Kann ich nichts halt den Luxo holen? Kannst du das? Ja. Let's go, let's go, hol dir den Luxo. Komm da. Mechaniker, nehm ab. Du, Mann, du verwirrst mich. Der Luxo. Er ist noch nicht mehr bald. Und er ist... Da vorne. Geradeaus. Au. Hallo. Los, fahr, 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 fahr. Hum, 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 hum. Let's go, let's go, let's go. Allee, allee, allee. Allee, hoppa. Allee, hoppa. Allee, hoppa. Allee, hoppa. Dann gib mir nachher Just den und den anderen holen wir dann weiter weg. Oh, der bewegt sich. Oh, je. Es bewegt sich alle in Zufälliger weiss. Nein. Fliegt direkt so, halt. Bewegt es sich wenig. Nein, 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 nein. Ich mache Müll, sorry. Ich mache Müll. Ja, das machst du doch immer. So. Hier unten ist er. Let's go. Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, es ist kein Dörfer. Deinsmal ist es ein Büssli. Hast du eine Granate? Ich habe keine... Ich habe keine Granate. Ich habe eine Granate in der Hand. Ich habe eine Granate in der Hand. Ich habe eine Granate in der Hand. Nimm Haftbombe. Ja, ja, ja. Es ist das Gleiche. Nein, 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 nein. Achtung, weg, 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 weg. Keiner hat eine Granate. Okay, nicht am Büssli. Okay. Uff, das wäre jetzt aber knapp geworden. Okay, das war ein knappe. Ja, ich gebe zu. Aber es war natürlich geplant. Ja, ja, ja. Okay, dort. Es ist immer geplant. Es ist alles geplant, was ich mache. Was glaubst du denn du? Ah ja, natürlich. Den Kofferraum aufmachen kannst du auch aufmachen. Ejo, ich zeige mal. Freust du dich auf die Ferien? Da vorne, den Kofferraum vor dir. Nein, nein. Kochrezept, gebt Kochrezept. Auf dem Dach, auf dem Dach. Helikopter, 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 Helikopter! Aha. Ah ja, da ist… runter, 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 runter! Los, runter! Darum! Ja man, was kann ich denn tun? Ja man, was kann ich denn tun? Ja man, was kann ich denn tun? Ah, noch hinter uns ist ein Einer Du hast es auch noch geschafft, dich wieder richtig anzustellen Jetzt zwei dir, los Das ist episch Ah, da ist er, da auf dem Dach Da sind sie So, da oben Du musst schon fliegen Das ist hinter dem Mauer Hinter dem Mauer Du musst fliegen Ja nein, da unten ist auch eine Kamera Nein, die Kamera ist aber oben Nicht oben Es hat zwei Aber der Kletter hat doch nicht Der macht doch einfach so Nein, aber es hat noch eine Ach Das ist auch noch geschafft Das ist auch noch Das Abend zum nächsten Hey, hallo meine schöne Dürre Du darfst keine Dürren haben, du bist der Cedric Was? Hast du es noch nicht gehört? Das wird in den Gesetzbüchern von YouTube drin Das habe ich tatsächlich nicht gehört Das Cedimeter verboten ist eine Dürrenzahl Andere Ständigen Belastet, wenn du dann eine Zimmertür hast Hallo, ich will auch meine Privatsphäre Ich will mich auflegen Darfst du nicht? Ja, ich habe meine Privatsphäre Zugelegenweise nicht Ich habe von einem Rebenbesuch bekommen Von meinem Chef Smoothie Nein, Chef natürlich Ah ja, natürlich Chef Das war ein YouTube CEO Ein Chef vom Haus Dann habe ich gesagt Komm lass das mal ein bisschen alleine moderieren Das ist gut für den Content Ja, es ist Besser für den Content, wenn du nicht durchgehend redest Hallo, ich nehme Videos Meinst du Copyright oder was? Keine Ahnung Was ist das? Im Sond Lite Du musst es schon Echt den Media Player anmachen Der hat keinen Sound Perfekt Doch, Peter Gehör ein bisschen Bei dir schon? Bei mir nicht AAAAAAAAAUSSE Copyright Ich wollte auch nicht, dass du Copyright kassierst Ich hatte eigentlich gedacht, bei dem da geht es halt noch Aber Ey, wo ist der Typ? Ist der zum Flughafen gegangen? Ich ziege den jetzt weg. Ah nein, da unten ist er. Zerik, attacken! Wir kommen an! Attacken! Hallo, Motherfucker! Entschuldigung! Warte, warte, warte. Ich habe mich verfehlt. Mann, es wird nur noch Geld abgezogen von meinem Konto. Scheisse, bei mir ist auch abgezogen worden, hallo! Du bist ein nicht guter Chef. Und damit ist zum Glück endlich auch fertig. Stimmt. Wer? Der Typ. Liebe Leute, lasst ein Like und einen Kommentar. Super, Like für Leute. Schreibt in den Kommentar, was wir im Kochvideo kochen sollen. Sagt in den Kommentar. Wer, ihr schreibt nie etwas in den Kommentaren. Wer, ihr schreibt nichts. Nein, ihr nicht netten Menschen. Oh, was zur Hölle. Oh, sehr rektore, das Video ist jetzt gut beendet. Oh, 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 oh. Süh. Halt! Schau mal, wie ich einen Abgang gemacht habe. Ja, du darfst sogar fliegen, weil du willst abstürzen. Nein. Also alles gut. Ich darf jetzt so schön parkieren. Schau mal, was das für eine riesige Nasen ist, Alter. Ja, ich fliege jetzt, komm. So. Ja, du fliegst, weil du willst abstürzen. Wegen dem fliegst du ja. Ja. So, ich mache jetzt gleich ein bisschen Luftlöcher rein, dass du ein bisschen Luft bekommst, wenn du fliegen. So. So. Let's go. Sarek, dein Seil ist abstürzt. Ja. Liebe Leute, herzlich willkommen zu der Centimeter Airline. Heute gibt es einen Flugrichtigboden. Von GTA zum Flugsimulator. Let's go. Wir wollen jetzt zuerst mal Schwung holen zum Starten. Hallo. Ey, das ist gute Musik. Es hat kein Copyright, also komm. Wir gewinnen jetzt an Höhe. Vielleicht rein und einfahren. Wie? Gäh. Wir suchen diese Dinge hierher auf. Der eine? Der Seil. Ja, wo ist sie denn? Und wir haben das Video in drei. Ein. Zwei. Ein. Tschüss. Zwei. 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 schlimmer. Ich habe es überlaufen. Vielen Dank.